klassischen guten tag wünsche ich euch und willkommen zurück zu einem nächsten video und ja heute spielen wir minecraft wieder skywars und ja weil ich wollte eigentlich auf dem randy mc spielen aber er ist leider voll da sind so viele suchtig drauf sagen wir es mal so ja und deshalb spielen wir halt wieder normales minecraft skywars also kein lucky oder so ja wieso dass ich jetzt so keuchle liegen liegt eben daran ich bin jetzt bei uns das war mir zu hause bin ich jetzt in den keller gerannt um links zu holen um ein energy drink zu holen und das sind etwa 20 treppen keine ahnung und ja das sieht geil aus das sieht mega nice aus ich glaube ich würde mal sagen wir gehen erst mal hier hier lang okay moment okay das hat stärker 1 gut gut dass auch noch nicht okay gut gute sachen schlag könnte ich auch gebrauchen gut 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 um den anderen leichter rote zu pushen von der distanz her hier sind auch noch ein pfeil übrig hier dass das dass das eine schutz 1 lederhose und ein schutz 1 eisenhelm schon mal nein schon mal nice wollte ich sagen so dann essen dann machen wir erst mal die das hier nach vorne okay dann würde ich mal sagen wir gehen erst mal wieder hoch denn wir ich möchte nämlich da alle kissen nämlich also die leer sind natürlich ich hoffe da an mir bekommt nicht okay ähm kiste gut feile noch mehr blöcke gut 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 nehmen wir mal alles mit hier ähm hier ist oder hat es geiler ist sogar eine diahose hat ströhn alles gleicher schlag ne die jahose einfach läuft und da ist niemand alles klar hä wo sind denn die leute okay okay so nice oh alles klar meine maus hatte gerade gespackt also das ist richtig schlecht wenn ihr am spiel seid und oder die maus spackt einfach ein bisschen rum hier tschüss so netter versuch aber nicht mit mir ich glaube ich weiß dass die kiste offen die wurde schon gelootert aber wir haben da moment habe ich das noch essen hier jawohl 16 30 steaks gut dann ich würde sagen wir bauen uns wieder ein bisschen weiter zu meinem einen einen kat Computer gut oh man ey gut dann sehen wir uns das ist gleich leute da das irgendwie wieder und jetzt leute okay das nicht so obwohl eigentlich ist es schon op 64 dieser experience flaschen 32 schneebälle der ist da auch noch eine kiste irgendwo muss doch auch noch nicht auch noch ein kiste sein oder das kann es auch nicht sein damit ich habe kein schwert alter da ist gar keine kiste obwohl hier ich hoffe niemand kriegt mich unter ja geil das ist mega weit weg alles klar ist was sollte ich mache jetzt einfach so schiit Digger Och mann Dieses Assi Okay Mega OP Equip Leute Schutz 3 Das hier Nein Warte Schutz 1 Dierschwert Aber keine Hose Yes Perfekt Okay Schutz 1 Das hat Schutz 3 Schuss sicher 2 32 Eier Noch mehr Schneebälle Alles klar Oh nein Nein Scheiße Jetzt sind sie nicht mehr so gestapelt Wow Okay Nice Ich habe aber leider keine Hose Das ist blöd Ein bisschen schade Was hat es Da drin Oh mein Gott Easy Das ist mega OP Leute Mega OP Bogen Mega Alles OP Leute Alles ist OP Was hat das alles drauf Was ist das so OP Oh mein Gott Ich muss das alles einlagern Ey Das kann ich nicht alles im Inventor Warte was Warte was Bitte was Schutz 10 Dornen Egal Warte Hast du auch noch was Trinkert Nö Aber Pfeile Okay Easy Nimm ich mit Alles klar Und dann Stack Pfeile Noch dazu Dann Eine Hose Das ist easy Das nimm ich Oh mein Moment mal Ne Okay Ich dachte das wäre stärker Stärke 1 Ne Das ist nix Das ist alles so OP Leute So alles Gott damn OP Schutz 2 Alter Leute ich kann das nicht alles mitnehmen Das ist alles viel zu OP Alter Digga Die übertreiben es Die übertreiben es Also ich Ich kann es nicht glauben Oh ma Nö Die brauchen nicht mehr Alter Leute Schutz 4 Schutz 5 Diamant Großpanzer Vollschutz 4 Das ist alles Übers OP Na dann Wird es Zeit Um die Mitte Zu sprengen Alles klar So die Mitte ist weg Wir haben mega viele Items OP Items Wir haben so OP Leute So OP Stuff Wir müssen gar nichts mehr entstanden Aber Wo sind die ganzen Leute Ich seh sie gar nicht Das hat Stärke 2 Flamme 1 Alles klar Und ich hab mega viele Stacks Von 2 Oh mein Gott Ich geh jedes Ideen zu Absuchen Absuchen Das war sofort Okay Pfeile Schutz 1 Alles klar Da hat es noch mehr Pfeile drin Junge Was ist denn da los Leute Wenn ihr OP Sachen wollt OP Sky Wars Dann geht es Zu dem Zu diesem Server IP Link unten In der Videobeschreibung Das hat OP Sky Wars Einmal voten Oder 1 2 mal voten Für OP Sky Wars Also OP Chests Hier kriegt ihr es Aber nicht immer Sadly Hä wo sind die Halt Alter das ist Möglichstus 2 Alter das ist noch besser Chef 5 Alter aber ich nehme lieber noch das Tier Schwert als Ersatz mit Falls es kaputt gehen sollte Das ist noch Das ist noch besser Das ist noch besser Ich bin so dumm Dummer geht's nicht Scheiße Eine Runde Eine Runde geht noch Oh nein Leute Wisst ihr noch von letzter Folge Das war die Also von letzter Das gab es eine Runde von gestern Da kam einfach so ein scheiß Hacker angeschissen und hat mich gekillt Leute Dummer geht's nicht Leute Verdankt das bitteschön an meine scheiß Mause Ich muss mir mal eine andere kaufen Gut Leute wir sehen uns gleich Leute Da sind wir Ja geil Geil gemacht Geil gemacht Sie haben Die Kiste einfach Zubedeckt Dass man das nicht öffnen kann Okay Leute Ich bin gleich wieder da Wir haben Bogen und Schneewelle Das ist alles Aber wir haben da noch die zweite Kiste Der Bogen nehmen wir schon mal hier Oh Schlag 1 Easy nehme ich mit Und Flamme 1 Die Angel nehme ich auch noch mit So Easy Easy nehme ich Aber gerne Oh scheiße Hallo Tschüss Ich habe Alles klar Okay Letzte Runde wussten wir Ich habe es übersehen Da war Da waren auch noch Die Kisten Wir gehen Pfeiler Oh Bloß ich Jetzt wiese schon wieder Unterfahren Tschüss Yo Leute Dead skills Ich hoffe sie haben Goldäpfel Aber Ja gut Scheiße Okay Nice Ich nehme ich mit Was hat er da Eisenbrust Okay Nice Ein Dierschwert hatte der Ein bisschen Experience Flaschen Goldäpfel Ja gut Hatte ich auch vorhin Eisenbrust Nee brauche ich nicht Aber das Sorry Leute Sorry Bei Vollkonzentration Muss ich immer rülpsen Wenn ich konzentriert bin Stärke Wir haben schon drei Bögen Stärke Schlag Flamme Wenn wir den jetzt Wie alle in einem Amt Schuss rein Schreien Dann wäre es nice Ich glaube die sind besser Weil die haben noch Fehlerfall Aber Ganz wenig Nein 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 Scheiße Ich würde mal sagen Das war es schon für die heute Gefolge Ich hoffe es hat dir gefallen Gebt ein elastisches Daumen hoch da Oder ein elastisches Abo Würde mich freuen Und jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Ciao Leute Ich liebe Turtles Das war es schon für die heute Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich Ich liebe dich